Das Spiel ist so langweilig. Du konntest zwar vielleicht so ein paar Matches spielen, aber dann ist es so langweilig. Ist es auch. Ich geh Rocks gucken. Auch wenn ihr wieder alle wie jedes Mal über Dingsky anscheunen. Yo Leute, der Kev zu dem Jakul ist wieder, oh Gott, back am Start mit dem Patrick. Und wir spielen heute eine Runde, suchen und zerstören. Und ja, richtig was du da tust. Yo. Einer da, hab ihn. Eigentlich wäre das nämlich meine Seite gewesen. Zack, 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 zack. Noch einer, hab ihn. Ux über Mitte, ja, oder? Ja. Wenn er da frech von hinten kommen kann. Ich pushe mal ein bisschen vor. Du Rocks hoch. Ja, bei mir. Mitte. Ich geb, ich geb B-Bombe rein. Oh, Alter, da stehen drei Leute. Ich glaub, ich hab hier einen gehört bei mir. Ja, hier bei mir boostet irgendwo einer. Ich bin mir einfach grad unsicher, wo. Okay, da ist auf jeden Fall einer. Oh, ich wollt grad den boost rauslassen, um mir den zu klauen, schau. Bei dem ersten dachte ich schon, ich bin tot. Guck's dir an. Alter, jetzt ging mir aber auch mal kurz die Pumpe. Jetzt dachte ich, okay, ich bin tot, weil er sich auf einmal umgedreht hat. Ja, ich will auch, ich will auch reinkommen. Ja, gut, wie die alle drei Bar haben, gut, dann weiß ich auch, warum's grad nicht connected hat. Lass mal beide, ähm, hier bronken gehen. Ich geh immer, ach so. Oder du gehst halt, oder du gehst halt box, egal, schau's drauf. Okay, Mitte steht einer. Hier ist komplett nix bei A. Ja, weil Mitte stand da bei einer. Doch, jetzt hab ihn. Er gönnt sich. Hab ihn gehittet. Er geht zurück ins Bondagger. Soll ich A-Bombe planten? Nice. Kannst du mal A-Bombe, ich plant A-Bombe. Ja, ist bei mir. Ich hab Auto. Nice. Auto hab ich auch. K hab ich auch. Ich müsste jetzt auch Drohne haben. Jo, bestimmt. Na gut, es war No Hand. Ah. Übrigens, das Zweier-Team wurde getrennt. Pro Reject, Sio und, ähm, LZ-Rest, weiß ich, Replays, ne? Das war ein Zweier-Team. Ja, 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 ja. Leute, die sind gar nicht mal schlecht. Die hatten beide über 100 Punkte. Ich guck wieder hier. Ich fahr mit, äh, Fahrzeug vor. Nio. Über Mitte. Oh Gott. Nee, nicht Mitte, ich fahr über Dings. Über Broken. Hab's. Die schimmeln, die schimmeln da hinten. Äh, die kommen nicht weiter bei Rox. Ich mach auch Auto, aber geh nach hinten. Oben, oben bei denen im Haus ist einer. Scheiße, nicht getroffen. Die Bombe ist hier bei mir, da ist ne Leiche. Ich geh da hin. Weil die müssen ja eh da hin. Fuck hier hoch, easy. Ich bin oben, Brox. Und guck auf Bombe. Ich bin Mitte. Jetzt hinten einer im Broken bei denen. Safe, Alter, schwör ich. Oben im Haus bei dem ist, glaub ich, auch einer, wenn ich grad richtig gesehen hab. Wenn ihr? Nein! Er hat mich mit einer Kugel getroffen, weil ich ihn nicht getroffen habe. Ach, Mann, ey. Er hat mich nicht mal getroffen. Ich war an ihm vorbeigerutscht. Er hat mich nicht eine Kugel getroffen, Alter. Easy. Wo bist denn du jetzt, Alter? Guck mal, da ist die Bombe. Die Tarnung sieht geil aus. Von Cloud9 ist die. Ja, ja, hab ich auch bei der Elka 9. Oh, ja. Er ist richtig schlecht, der hinten steht. Mit der Akuda, der spielt die sogar mit der LV, Alter. Ja, einer steht auf jeden Fall noch hinten in den Broken drin, beziehungsweise Stand. Und einer müsste noch oben sein im Haus. Ja, die müssen da jetzt die Bombe holen, also ich denke, das wird easy. Gut, du hast einen Null. Ich hab einen Tod jetzt, leider Gottes. Was? Er hat dir den geklaut. Dass der den Burst überhaupt geschluckt hat, ey. Mit LV kann ich nicht mehr spielen, Alter. Auf jeden Fall nicht auf L8. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Guck's dir an. Dann merkt man mal, wie mein Burst reingehauen hat, Mann. Nächster. Ganz krasser Dude. Ganz krasser Dude. Er macht ab zu den letzten Kill nur wegen mir. Ja, moin. Lass mal beide Rocks gehen. Aber nicht hoch, da werden die Safe hochkuchen. Ich geh eh nie hoch. Guckst du da? Ich geh kurz B gucken. Ich hab eine Bombe, ich komm mit. Plente. Ja mach. Ich geh direkt Rockseite. Ja ok guck du da, ich guck hier. Bei mir, bei mir. Bei mir auch. Zwei Bullets hat er geschluckt, ich push mal ein Stück zurück. Da kommt von vorne, einer. Ja ich weiß, ich guck da, ich guck da. Einen hab ich bei mir, bei dir kommt einer. Ich push raus, warte. Komm, es ist eh jetzt gleich zu einer, sag ich hole die Drohne raus, ok. Ey, ich will den Last Kill haben. Nein! Ich hab ihm Wild Macker gegeben, ach man. Fickt euch man, das war meiner, ich hab macht einen. Wir sind zwei von hinten und zwei von vorne. Ich glaub der war sogar noch ge-heatwavet, wenn ihm eine Heatwave getroffen hat. Ja. Der rarer. Ey. Drei Leute haben ihm einfach Wild Macker gegeben. Ne ich nicht, ich war mal hinter der Wand. Ja er, der Projekt und ich hab auch noch Wild Macker gegeben. Ist halt scheiße alter. Wird mir auch noch mein Kegel klaut. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden und sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss. MUZIEK Bis zum nächsten Mal.